Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schritt auf unserem Weg von objektorientiertem Modell zu einer fertigen Softwareanwendung unter Benutzung der objektorientierten Programmierung. Nachdem wir ja jetzt in den letzten Einheiten das Thema, wie baue ich ein Datenmodell so um, dass ich es in C-Sharp benutzen kann, abgeschlossen haben, kommen wir jetzt zu den ersten Überlegungen zum Thema, wie sieht eigentlich so eine Benutzungsoberfläche aus, also was muss ich tun, damit zu meinem Modell auch eine Benutzungsoberfläche erstellt werden kann. Bevor wir jetzt uns überlegen, wie wir so eine Benutzungsoberfläche einfach bauen können, schauen wir nochmal ganz kurz zurück in den Ingenieurinformatikkurs auf die Eigenschaften von Softwareobjekten. Also so ein Softwareobjekt, das hat ja einen Lebenszyklus, das heißt es fängt irgendwann an zu leben, da wird es instanziiert und irgendwann hört es auch wieder auf zu leben. Bei uns ist es jetzt so, dass das nicht unbedingt der Zyklus sein muss, wie so ein Objekt im Speicher lebt, sondern wir können es ja zwischendurch in die Datenbank stopfen und wieder rausholen. Das macht unserem Objekt ja nichts, also das logische Objekt, was wir so als Geschäftsobjekt haben, dem ist das ja völlig egal. Das heißt also, wir haben immer noch eine Instanziierung im Sinne von, da wird es irgendwie mal angelegt, aber eben nicht mehr im Sinne von, da wird Speicherplatz belegt, sondern eher im Sinne von, das lebt jetzt und ist dann in der Datenbank gespeichert. Im Prinzip bleibt noch das gleiche, also es gibt eine Deklaration mit öffentlichen Attributen und so weiter, Methoden, die wir daran programmieren können und so weiter und so fort. Also wir haben die Schnittstelle beschrieben, wir haben immer noch die Möglichkeit der Kapselung, das heißt also wir können so Objekte gegen andere Objekte austauschen und das müssen wir jetzt hier auch tun, weil wir irgendwie Speicherobjekte haben und Datenbankobjekte und die müssen ja nachher miteinander in Einklang gebracht werden. Das heißt also, diese Austauschbarkeit ist jetzt was, was uns weiterhilft. Nach wie vor bleibt es so, wir haben es eben gesehen, diese Objekte haben ja bestimmte Attribute, also weiter gilt die Vorstellung, das Datenmodell selber ist das Formular und wenn ich ein Objekt erzeuge, dann wird im Prinzip einmal dieses Formular auf Papier gedrückt und dann gibt es diesen Datenträger. Also bei uns ist es halt ein Datenbankobjekt und wenn Sie den Papierprozess nehmen, dann ist es halt ein Stück Papier. Das heißt also, wenn es jetzt losgeht mit der Instanzierung, dann habe ich die Instanz und jetzt müssen wir uns überlegen, das ist hier mal der erste Ort, wo ein Benutzer mit diesem Objekt in Berührung kommen kann. Den müssen wir uns mal merken, also beim Erzeugen, nennen wir Create. Dann geht es ja weiter, irgendwann wird auf das Objekt zugegriffen, das heißt also Leute lesen da Daten aus oder verändern sie auch. Das wäre im Prinzip jetzt der zweite Punkt, den wir uns merken müssen. Nach dem Create muss es irgendwie möglich sein, auch die Dinger nochmal zu ändern, das nennen wir Update. Gut und wenn dann das Leben weiter voranschreitet, also Austauschbarkeit haben wir gerade schon gesprochen, dann gibt es irgendwann den Punkt, wo es das Objekt nicht mehr gibt. Das nennen wir Delete. Das heißt also im Prinzip, das was wir als Eigenschaften von Softwareobjekten bezüglich ihres Lebenszyklus kennen, das müssen wir jetzt quasi in der Benutzungsoberfläche einbauen. So, ne, Create, Update und Delete. Stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich an die Objekte dran? Also bietet es sich an, noch eine zusätzliche Funktion zu haben, die nenne ich jetzt mal List, also quasi eine Funktion, mit der ich Objekte, die es gibt, auflisten kann. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir dafür brauchen, also was wir dafür implementieren müssen, damit es funktioniert. Ich habe das jetzt hier mal Grut.List genannt. Gut, fangen wir oben an. Also für ein Create brauche ich irgendwas, was so ein Objekt herstellt und dann brauche ich als Benutzungselement, also Benutzungsoberflächenelement, eigentlich irgendwas, wo ich die Attribute von diesem Objekt bearbeiten kann. Also kann ich so Knöpfe haben für OK und Abbrechen und so weiter und im Prinzip brauche ich dann irgendwie so Felder, wo ich die Attribute eingeben kann. Wenn ich das Ganze jetzt noch für Update mir anschaue, dann gucken wir OK, also wenn ich Update mache, muss ich mir also ein Objekt beschaffen und dann brauche ich im Prinzip den gleichen Dialog. Also ich kann dann überlegen, ob ich irgendwo im Ablauf dann, was weiß ich, bestimmte Attribute weglasse, dass man sie nicht mehr ändern kann oder so. Aber im Prinzip ist es genau das, was ich brauche. Ich brauche also im Prinzip wieder so einen Editierdialog. Nächster Schritt wäre ja dann das Delete, also nächste Funktion, die wir uns anschauen wollen. Ja gut, da braucht man vielleicht irgendwas, was nochmal nachfragt. Bist du dir sicher, dass du es löschen willst? Weil manchmal geht es ja auch nicht um das Löschen von einem Objekt, sondern bist du dir sicher, dass du tausend Objekte aus der Produktstruktur löschen willst? Ja und dann wird eben tatsächlich gelöscht. Das wäre dann im Prinzip hier das Ende des Lebenszyklus. Bleibt eben noch das List. Ja, weil die Frage, die sich ja hier zumindest bei den beiden stellt, ist ja, wie komme ich eigentlich an das Objekt, das ich bearbeiten will? Ja, jetzt lassen wir rechts hier mal das stehen, was wir schon haben und machen wir hier mal links irgendwie, stellen wir uns die Frage, wie kommen wir eigentlich hier an die Objekte dran? So, wenn wir jetzt sagen, wir implementieren so eine Liste, dann könnte die ja so aussehen. Also ich habe eine Liste, sind jetzt für die Objekte jeweils Zeilen drin und für deren Attribute sind da eben Spalten und hier hinten sind Knöpfe. Ja, aber wenn ich jetzt hier so einen Knopf drücke, dann komme ich hier auf dieses Edit. Das wäre ja dann im Prinzip so dieser Klassiker für Update. Oder ich drücke auf den Knopf, das ist der Delete-Knopf, dann kommt diese Abfrage und dann ist eben dieses Objekt gelöscht. Ja, das heißt also, wenn ich hier so eine Listenfunktion implementiert hätte, dann hätte ich schon mal einen ganz guten Einstieg. Gut, das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ich die filtern kann. Also nehmen wir mal an, ich möchte an einem Teil arbeiten, für das ich die Bauteilverantwortung habe. Ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich nur Teile sehe, für die ich die Bauteilverantwortung habe. Man kann das aber jetzt auch im Loop sich vorstellen. Also sehen wir mal so, ich habe hier einen Knopf und dann gibt es hier einen Filter und eine andere Liste. Also nehmen wir mal an, ich habe so etwas wie eine Bestellung. Ja, einige von Ihnen haben ja auch wieder so ein Bestellungsbeispiel gewählt. Ja, dann habe ich hier meinetwegen eine Liste der Bestellungen und dann kann ich hier auf den Knopf drücken. Dann komme ich hier auf den neuen Filter und dann wird da zum Beispiel eine Liste mit allen Artikeln, die auf dieser Bestellung drauf sind, angezeigt. Und dann kann ich hier wieder Edit oder Delete und so weiter machen. Also bei der Bestellung wäre das ja der Klassiker. Ich mache hier Löschen und dann wird aber eben nicht das Objekt gelöscht, sondern dann wird die Relation zu der Bestellung gelöscht. All das kann ich mir ja im Prinzip hier mit so einer Grundfunktionalität erzeugen. Ich kann aber auch alles mögliche Sonstige machen, was ich sonst so in meinem Prozess mir überlegt habe, was die Objekte können sollen, indem ich hier einfach als Knöpfe solche Aktionen einbaue. Also ich spreche auch gerne so von Action Buttons. Die können auch zum Beispiel auf dieser Edit Seite mit drauf sein. Ich möchte irgendwie mit diesem Objekt irgendwas Spezielles machen. Ja, und dann läuft das eben hier zu dieser Aktion. Ja, und dann passiert da eben irgendwas. Ja, was weiß ich, dann wird irgendwie ein Fahrzeug traversiert, also quasi zu einer Stückliste aufbereitet und so weiter. Ja, das heißt also hier kann ich dann reinprogrammieren, also wirklich meine Logik reinprogrammieren. Wir erinnern uns, wir haben ja in der Mitte so eine Schicht mit Logik. Ja, und dann, wenn das dann durchgelaufen ist, dann kann man sich halt überlegen, wo soll es weitergehen? Sehe ich dann wieder eine neue Liste oder gibt es da ein neues Objekt, das ich editieren kann? Oder wird irgendwas gelöscht? Ja, also das sind ja im Prinzip, bin ich da frei. So, das heißt also mit diesem relativ simplen Ansatz, Create, Update, Delete und List, kann ich jetzt schon relativ viel machen. Also zum Beispiel, wenn ich so detaillierte Listen haben will, dann muss ich eben entsprechend diesen Filter implementieren. Was wir jetzt eigentlich nur noch brauchen, ist so eine Art Quelle. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie so einen zentralen Ort, wo, wenn ich jetzt eine Liste mir anzeigen will, tatsächlich auch alle Objekte, die zu dem Filter passen, herausgeholt werden können. Und da bietet sich natürlich an, das irgendwo zentral zu haben. Und Sie werden es kaum raten, natürlich ist das am Ende unsere Datenbank. Also wir werden vor unserem Datenbankadapter irgend so ein Objekt packen, was eben dann entsprechend als Datenquelle dient. Und wenn man sich dann an die Konvention hält und alle Objekte, die man neu erzeugt, auch wieder in diese Datenquelle hineintut, ja, dann funktioniert das auch mit dem Filter. Also das sind jetzt im Prinzip so die Grundbausteine für unsere Benutzungsoberfläche. Also mit den Basiselementen Create, Update und Delete und Delist kann ich im Prinzip sowas machen wie so Ethylfensterchen mir aufmachen. Ich kann so Löschabfragen machen und die Sachen tatsächlich löschen. Ich kann zusätzlich Aktionen implementieren, ja, und ich kann eben über das List relativ intelligente Benutzungsoberflächen zur Auswahl von Aktionen erzeugen. Wie gesagt, das Ganze steht und fällt mit der Tatsache, dass man sich darauf einigt, eine gemeinsame Datenquelle zu benutzen, die natürlich dann auch entsprechende Datensenke ist. Also alle Objekte, die ich neu erzeuge, müssen dann natürlich auch da rein. Dann werfen wir mal einen Blick auf unser Stadt, Land, Fluss Beispiel. Ich habe das jetzt mal hier so gemacht. Ich habe einfach mal in diese Library so einen Datastore mit eingebaut und der ist jetzt relativ simpel. Der besteht im Prinzip intern aus diesen vier Listen, also Städte, Länder, Flüsse und Personen sind da jeweils in der Liste. Die werden einfach, wenn das Ding instanziiert wird, man muss halt gucken, dass man möglichst nur eins davon hat, werden die einfach mit instanziiert. Und hier unten gibt es nochmal die Abfrage für alle Objekte, die Named Objects, wo ja dann im Prinzip Stadt, Land und Fluss alle aufaddiert werden. Das sind ja unsere Named Objects. Das Ganze ist jetzt einfach mal so ganz simple Datenquelle. Und wenn ich jetzt mal hier reinschaue in unsere App, dann stellen Sie fest, okay, hier gibt es noch zusätzlich Elemente. Also wenn ich jetzt mal gucke, hier diese Person Form. Das ist im Prinzip das, was ich eben gesagt habe. Ich brauche jetzt einen Dialog. Also so ein Formular ist das ja in der WinForm Sprache. Und dann habe ich hier einfach mal für die Attribute, Vorname, Nachname, Geburtsort und Wohnorte entsprechend die Elemente angelegt. Also Geburtsort ist eine Auswahlliste. Da kommt ein Doppelklick drauf, kriegt dann eine Liste aller Orte. Da sieht man mal wieder, also mit diesem Auflisten-Element kann ich hier auch dann die Dinge innerhalb einer anderen Benutzungsoberfläche benutzen. Ja, und hier unten kann ich halt eben die Wohnorte auswählen. Das Ganze brauche ich natürlich jetzt auch für die Flüsse. Also Fluss, ja, auch wieder ganz normal. Hier kann ich dann das Geschlecht auswählen, das grammatikalische. Ja, beim Land ist es ähnlich. Ja, da kann ich halt hier noch die Hauptstadt auswählen. Und bei der Stadt, ja, die Stadt hat ja im Prinzip nur dieses Gelegen in und so ein paar Flüsse, an denen sie liegen kann. Und da sehen wir also hier, das ist ja im Prinzip wieder eine List. Ja, wie wir eben gesagt, List ist ganz wichtig. Und diese Liste würde halt eben entsprechend alle Flüsse anzeigen, so dass man dann eben die Flüsse auswählen kann, an denen die Stadt liegt. Ja, das Ganze immer angereichert mit OK und Abbrechen, so dass man sagt, OK, entweder ich mache die Änderung oder ich mache sie eben nicht. Ja, so wie man es halt kennt von der Benutzungsoberfläche. Und wenn wir dann halt mal schauen, dann habe ich hier nochmal so einen allgemeinen Listbox, sage ich jetzt mal. Also das wäre jetzt im Prinzip das List für ich möchte was aussuchen und zwar irgendwas. Da gibt es eben hier so ein extra Form und dann habe ich im Prinzip alle Elemente. Ich habe jetzt für jeden Objekttypen Editierfenster, was ich natürlich auch benutze, wenn ich ein neues Objekt anlege. Und ich habe so ein Listen-Element, wo ich sagen kann, ich möchte mir mal Elemente auflisten. So, und das Ganze ist jetzt in einem zentralen Form miteinander verknüpft. Sie sehen, also hier gibt es jetzt ganz viele Knöpfe. Und wenn man jetzt mal hier schaut, also zum Beispiel der Otto, wenn ich da mal einen Doppelklick drauf mache, dann sehen Sie, da wird im Prinzip das, was wir eben in diesem Spaghetti-Code gemacht haben, wird dann eben entsprechend auf der Konsole ausgegeben. Also hier gibt es jetzt so ein Objekt, das heißt Demo-Data, da hängen jetzt im Prinzip unsere Basis-Elemente einmal dran. Und hier unten gibt es noch so einen Init-Knopf. Also damit wird einmal das Datenmodell erzeugt. Falls Sie mal ein bisschen damit rumspielen wollen, also normal ist es erstmal leer und mit Init mache ich es dann voll. Und hier sind dann im Prinzip die ganzen Elemente drin, die wir aus diesem Spaghetti-Code von dem Beispiel schon kennen. Also alles, was man da so machen kann, einmal verteilt. Und das Gleiche gilt eben für das Create, das kennen Sie ja schon. Und da gibt es eben jetzt hier diese Person-Form, die macht eine neue Person oder eben auch nicht. Und gibt dann entsprechend hier das Ganze auf der Oberfläche aus. Also wenn ich jetzt hier neue Person erstelle, wäre jetzt die Überschrift für ich möchte diese neue Person erstellen. Wenn ich die gleiche Form benutzen möchte, um eine Person zu editieren, dann steht da natürlich Person editieren drin. Das ist im Prinzip so unser Beispiel. Da kann man jetzt hier im Prinzip, Sie gehen Create, Update, Delete und Auflisten. Und beim Auflisten habe ich es mir jetzt mal ganz leicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, die Personen liegen alle in Data. Das ist hier unsere Quelle. Und dann schreibe ich die einfach auf die Konsole. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Konsole ist hier einfach leichter, als wenn Sie immer da wieder OK drücken müssen. Das ist einfach simpler. Gut, das heißt also, was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip eine ganz simple GUI zum Thema Lass uns mal mit Create, Update und Delete und List diese ganzen Objekte bearbeiten. Also wenn ich hier zum Beispiel auf List gehe, dann wird eben entsprechend die Liste angezeigt. Und dann können Sie, wenn Sie die Liste auswählen, in der Liste eine Person auswählen, dann kommen Sie entsprechend auf das Edit-Fenster. Also das ist eine ganz simple Sache. Da ist noch nichts großartig dahinter. Was wir jetzt noch brauchen, sind hier so diese ganzen Relationen. Das werden wir uns dann einfach im nächsten Video angucken, weil wir ja, wir müssen uns jetzt noch mit der Frage beschäftigen, wie kann ich jetzt eigentlich etwas kompliziertere Abfragen machen? Und das schauen wir uns gleich nochmal an, weil im Moment ist es ja so, wir können ja hier, wenn ich jetzt so eine List mache, dann sehen Sie hier, da werden einfach alle Städte, die da sind, entsprechend in diese Liste aufgenommen. Naja gut, und alle ist ja nicht das, was wir immer wollen, sondern manchmal wollen wir ja eben auch nur bestimmte Sachen anzeigen. Also wenn ich zum Beispiel sage, zeig mir mal meine Wohnorte oder umgekehrt, zeig mir mal, wer alles in mir wohnt, also von der Stadt aus gesehen. Und das werden wir uns gleich noch angucken. Da werden wir eben hier hinten noch ein paar Knöpfe einbauen. Soviel also zunächst als Vorüberlegung zu der Frage, was brauche ich, um eine Benutzungsoberfläche zu bauen? Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich dann mit der Datenabfrage, wie angekündigt, und wir fangen da erstmal an, mit bestimmten Teilen aus einer Sequenz auszulesen.